Willkommen zu einem weiteren Let's Play League of Legends. Ich als Miss Fortune, Lobato als Zilean, Dark Legacy X als Rammus und noch Karma und Garen bei uns und als Gegner Heimerdinger Korki, Sinched, Maokai und Sion. Ja, Lobato ist halt hier mehr oder weniger neu dabei. Let's Play, oder? Doch, ist so, oder? Ja, so wie es aussieht, Sion, ob der auf AD oder AP spielen wird, wahrscheinlich eher AD. Buddy in your channel, time down. Hm, das kommt ja nicht auch schön. Aber schön in mein Let's Play, dass man nämlich hochladen will. Ja, das ist ein leichter, gleich steht er nicht mehr bereit, bei ihm. Doch, wir starten erst mal in der Weltkunde, erst mal, uh, ja, das wird toll. Ah, du sitzt echt bis zur Gasgur vor den PC, auf jeden Fall. Okay, äh, ich würde sagen, wir mal gehen, bottom. Ich glaube, wir gehen, top. Hallo? Ja, Garen, Mann. So, wir gehen, top. Rage, gut. Scheiße. 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 Scheiße, mittlerweile ohne C geschrieben. Geil. Kein Problem. Scheiße. 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 Und das hier muss auf jeden Fall in der Aufnahme drin sein. Wie gefallen dir meine beiden Lieblinge? Schrecken? eeh, ja, h Jr. Ah, hqh, ha, ha, ha. Ich weiß nicht, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist. gut wie auch immer aber nicht kommt er wieder da jetzt habe ich ein Mitleider ihnen ist schlecht neilige ich so lange herr unterbringen kann das sein so schaut's aus komisch weil ich habe ja wie du solltest du mal so ein Top- und Traumus probieren weil das probieren und jetzt habe ich kein Plavier ist das Spiel neuer na super ein exzessives Traum weil gespannt wie wir haben noch einmal die geändert mit viel Spaß ich weiß nicht nur ein Turm kaputt oder sie haben auch Okay. Na ja. Das hat toll viel Spaß. Hier ist noch ein bisschen Farben. Apesion. It's a trap. Baby Braids? Ähm da. Das ich will, dass du mit mir fertig wirst. Ich schwöre. Pass haben Torlars, hitteln zu müssen, das sollst. kein Problem Marokai, komm her, komm her, komm her, so Hauert ein, nicht auf, leck, ey! Ah, heil, mein Dinger! First Dut, ne Moment, First Dut, haben die Gegner ja schon gemacht Uh, haben wir einen Fälding, uh! Direkt Zwei auf einmal, Heimerdinger's Tum und Heimerdinger selbst Auf geht's Irre ich mich, oder hat der, ach der hat einen Heiltrank Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oh mein Gott, geblendet Oh mein Gott, geblendet Niemand wird plötzlich fliegt gehen und alles nur wegen Marokai Hört auf die Umwelt zu schüssen Nun wird nicht übernatig Ich glaub ich komme einigermaßen klar gegen Heimerdinger Der Gegner wurde getötet Ich hab' ein Friedensgefühl Hoppala, so, ich hab'n Kill gemacht, wie kann das nur sein, ne? Ich krieg' seinen Turm in vier Schüssen zerstört Der Spaß beginnt! Ja, was macht Sion da für eine Scheiße? Ah, jetzt nicht mehr Ah, jetzt irgendwie eine Mission-Entschung aus Breakdance und was weiß ich Ich dachte schon, da würde einer unserer Premates wieder reinkommen, aber nein Leider nicht Bts, Bts, Lackern Bts, Bts, Lackern Bts, Bts, Lackern Ganz ehrlich, ich hab'n schon, sind schon dreimal gestorben auf Mortimer Ich bin der einzige Deck, den ich gemacht hab' aus Solo-Lob als Ja, danke schön, Dion Ich glaub ich bin der einzige, der auf dieser Lane, auf der Lane, äh, zurechtkommt Anguss-Schaden, Quintessence for the win Der Maukei, ne? Hat dir toll gemacht Ich weiß, was ich tue Vielleicht könnte ich Heimerdinger töten Alter, sind die Hello-Elo, Mann Sie rennen alle in die Tauer rein, das ist ja nicht mehr normal Tja, Kill-geil Kill-geil, jawohl Oh, schön Ach, Heimerdinger hat ja seine blöde passive Mehr Lebensregeneration Für sich und, ähm, Einheiten in seiner Nähe Ich lauf' hier schon mit ganzen zwei Lads jetzt durch die Gegend Echt? Ich hab' acht und drei Ja Ja, gut, ich kann nicht viel machen, glaub'n Ja, das ist Pro Ja, Enemy Rampage, macht dir toll, macht dir toll Viele, bloß weiter, guck' jetzt Mhm Ist mal gut Ich bringe Heimerdinger out of mana Ich bringe Heimerdinger out of mana Ja, sag, dass du diesen epischen Kill drauf hast Hahahaha Kein Problem Ah, Kinder, es kommt schon Maokai und und Sion hier Ich hätt' ein paar Minion-Kills, für die wir zum Tower kommen würdet Ah, geil für eine krasse Lebensrechte, da kann ich eben noch 50 HP oder so er ab und plötzlich er wieder Hey, das tolle, das tolle ist, ähm, die passive von Zielern ist immer noch da, auch wenn er, auch obwohl er geliebt hat Wir haben einen noch größeren Level-Level-Vorteil bei den Gegnern als sonst Ja gut, das solo-Lane, ähm, dann noch passive, passt schon Mhm Nur Gold Wird schwierig, wenn wir's Gucken wir mal, ob wir's schaffen Kommst klar oben? Ich slain hier in allem und meine Enemies, also ja Sag Go, go, Sia Ja, komm her, komm her, du noch Tower-Dive nicht, Tower-Dive nicht, go Guck, dass ich Flash hätte Boah, wie viel Schaden, ich mach an Heimerdinger Heimerdinger Oh, Unti Ne, doch nicht Er fehlt Heimerdinger nervt Segel setzen Segel setzen Hä? Flackernde Lunden Gut, der Stummel Ich fahre ein bisschen, wenn ich einfach oben stehe, das ist wie der Sion, wenn ich mich Oh Mann, dieser Scheiß-Turm Jetzt hat sich ja schon zwei von denen rumstehen Aua Da wollte ich ihn grad noch schön Ich bin Rick Sloan By the way, Re Re Amerikanisch, ne Re auf top Und Ich hab den Eindruck, der Top Tower fällt leider Kein Problem Ich hab den Eindruck, ich falle leider, weil Der Gegner hat einen Punkt zu stehen Alle Fals 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 Schiff Lobato behauptet immer, die Lu wäre ja so schlecht geht im Spiel Aber der Rage quittet wenigstens nicht Hm Well, gut, okay Wenn irgendeine unnötige Serie im Fernsehen kommt, muss er die natürlich schauen, aber Nein In diesem Fall nicht Segel setzen Segel setzen Aua, aua, aua Beeinträchtigung durch Ruhrahn-Munition Ich hab den Tower getroffen Den Turm Ich hab den Tower getroffen Den Turm Ja, zwei Leute in der Mitte, ich muss hier bleiben Okay, ja, schade Ja, so lange nicht ein paar Killsen kommen, ist alles noch Kein Problem Boah, seine Scheiß Türme Sicher, dass du mit mir fertig wirst? Wie schwerer Mann 0 zu 1 zu 0 von Karma und 0 zu 3 zu 0 von Garrett Schön ist das nicht 1 zu 0 zu 0 von mir Von mir, ja Das ist besser Na gut Boah, ich komm mir echt nicht so glas hin Nachholen Ich habe ein gutes Gefühl Der Gegner hat einen Turm zerstört Brauch ich, warum ich bei der Gank kommen kann Hoffen wir es so einfach mal Hm, hm Hm Ja, der Heimwürdige hat aber auch einen kleinen Level Unterschied Ja Das liegt wohl an Der Passiven von Lobato Nein, steht dann Nö Na gut, doch Ich muss doch zurück, leider Hm Wollte ich da ernstzunehmend Stress machen Aufzuhalten Ich habe ein gutes Gefühl Boah, ich habe noch Kein einziges Mal Kammer bleibt auch noch länger stehen Wenn ich so, dass Korki irgendwie Schaden macht oder so Hm, wie hast du, Stunz, Stunz, Stunz Ich Ich weiß, was ich tue Ich glaube, das wird ein 20 Minuten Surrender-Match Ja, kann gut sein Oh, Mauerkei wieder auf 43 AP Segel setzen Ein Beschwörer hat das Spiel vergessen Ja, klar Boah, hollololol Oh Gott Auf geht's Scheiße Ja Zwei gegen fünf Hahaha Alter Wollten das drei von ihnen jetzt auch richtig quitten Ah, das auch Hallo Hallo So, jetzt Wir haben wieder die nervige Stimme im Hintergrund Ja, wobei ich dachte, dass wir es ganz wieder nicht hoch stellen Was auch immer, wie sie Entweder wieder auf Tun wir und um, Lobato hat das Spiel verlassen Und zwei andere von uns haben das Spiel verlassen, das ist Das ist mal richtig episch Das heißt, es ist 3 Rage Quitt Wir spielen 2 gegen 5 2 gegen 5 Ja Und gewinnt doch Nee, leider nicht Absolut Boah, hier draußen, wir sind ganz so gut, wir sind wieder da Die ganze Gruppe ist wieder da Die ganze Gruppe ist wieder da Sind wir aber alle in der Mitte Die Interestream-Masters kommen Na gut, dann macht immer und Falls das hochstellt, ne Nein, bin ich Mal sehen Ach, das ist gut Ich will die auch noch versauen Ach, kann ich Ach, diese behinderten Kinder, die da draußen ständig rumschauen, ey Jetzt sind sie aber auch mal Halte die Presse Normale Menschen würden denn schlafen gehen, seid ihr nicht noch zu jung dafür Ich bin jetzt schärfbar, weil 8 Ähm, halb 8 zu schnauzen Halb 8 zu schnauzen Halb 8 zu schnauzen Ach, ich hasse so viel Kichel Und siecom diskutieren Auch wenn sie so halbwegs denken können Bis ungefähr Bis ungefähr Arbeitsplätze Ne, Zler等 Bis dahin sind wir schulden so ist die Nachricht reißen dass er schon nachdenkt die Alper Steffern noch mal hätte nur du hast trotzdem ich war nicht die Strecke 3 zu sagen KK KK die Wuster Streit nur mein Gott das merkt man nicht ganz ehrlich schlicht in der reis vielleicht er bleibt wieder er sagt Lennepritte und 18-Jährige abgesehen die Art der Diener wer jetzt irgendwie ein Anhaber oder so 15 18 ist es nur 6 zu sitzen Prozent der auf die Dörte ich werde wieder auf Erwachsene steht das aufsteht man denkt man gar nicht von dir mal hat irgendjemand Auf geht's! Oh, schade, die Gegner waren eigentlich nach Garen da jetzt eigentlich. Was macht denn der? Ist der wieder AFK? Ach, scheiße. Okay, hört ihr mich noch? Ja. Ja. Ich weiß, dass man echt... Alter, Maokai. Aber... Sobald ich irgendwelche Videos starte, dann noch was anderes, kennen wir uns lachen, denn... Jawoll, ich hab den einen noch gekriegt. Na dann nochmal! Und der für den Gammon-Straut. 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 Haha. Stub' Maokai. Oh, Wie blöd, ich... Oh, ich hab mir übrigens das erste Video mal angeguckt. Hm. Wir rocken, nicht wahr? Dick und rund. Dick und rund. Dick und rund. ist die Grund mögliche in der Art und ich habe Zeit gemacht die können wir das nennen die Grundlage Mordekaiser Ok immer rechtlich werden wir haben diese Schleifung extrem aus ich verfluche euch okay ich mache mal ganz schnell den Restart, ne? Bis gleich So jetzt drücke ich den Button so lange bis ich weg bin, tschüss Ah, Corki Pass auf Stefan Was machst denn du da? Ja Ja, irgendwie teilt halt jeder aus Der Gegner hat einen Turm zerstört Ja 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 Ein Gegner wurde getötet Du kriegst den Segel setzt Oh, jetzt ist er über die... Ah, wie schön Hast ihn angebrannt Ja, ich hatte so ein Gefühl, dass ich jetzt erstmal ausgespielt Ich weiß, was ich für den Tun zu stehe Ah, Mann Hey Der wär noch getroffen gewesen Der wär noch getroffen gewesen Viel weiter, Eddie Mighte Und Garen steht herum Gleich kommt Wer hat's verlassen Wer hat uns verlassen Kein Problem Ich lache, wenn wir das noch gewinnen Ja Ach, naja Na ja Naja Ich glaub er nicht Sicher, dass du mit mir fertig bist und hör Dein Geckel Vielleicht ist mal ein Pentacle rein oder die du... Machst du das in Paris Ah, verdammt Hale EG Ein Gegner getötet Geil, dass denn geslagen ach tu Ach, 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 ach Hingerichtet Wer hat wen hingerichtet? Zion Guck mal, hat Zion hingetötet Der, der Turm hat Zion hingetötet, genau Artwork, komm Ja, ich bin aufm Weg Verdammt, du sie komm verdammt Dickenscheiß Nein, verdammt Der Verbündeter wurde getötet Oh Töte die Minions Sag mal, dass die nicht mal Kork könnte Garen jetzt einfach töten Ja Nun wird nicht übermütig Nun wird nicht übermütig Guck 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 jetzt keine Ahnung er war einfach weg es ist ja dort sind auswärts auch in der Champions-Auswahl schon äh Quatsch nein nicht er in den Ladesildschirm schon wenn er in der Mitte noch verwecken wäre es nicht schlimm gewesen okay okay wie lange spielt ihr noch ungefähr was glaubt er er geht am besten auf ach Mist wir können nicht aufgeben werden ist nicht da wir müssen warten bis er also bis er bis er das Spiel verlassen hat ich denke ich denke die sind beide weg ja Gern ist wieder da aber AFK ein Gegner wurde getötet m für die Niederlande die Gäste die Gäste so ich will nur durch die hier die Strasse können das funktioniert Ah, verdammt, ist weg Alter, Korki Ach komm, schon tötet die nächstes endlich Verloren Tja, schade Ziljan, Garen und Karma, aber am meisten Siljan Okay, also ich glaube, das wird in die Let's Fake-Kategorie eingehen Ja, wenn wir sowas gemacht sollten Ach, ich weiß, dass die doch eh nicht hoch, oder? Nee, erstmal nicht Mal schauen Ich lass die Videos erstmal da Naja, wenn du meinst